Ich habe mich vor kurzem mit einem Unternehmer unterhalten und was er mir erzählt hat, das war so interessant, dass ich das hier einfach mal teilen muss. Und zwar, er ist Unternehmensberater, kann man sagen, eher konservative Branche im B2B unterwegs und seine Zielgruppe, das sind Geschäftsführer, vielleicht um die 40 bis 50. Und ja, er ist da quasi als Online-Pionier unterwegs und zwar seit 2017 hat er sich schon einfach vorgenommen, Online-Kunden zu gewinnen. Ja, und weil er sich einfach nicht so ganz sicher war, wo genau ist jetzt eigentlich seine Zielgruppe, es gibt ja viele verschiedene Plattformen, Facebook, Instagram, LinkedIn, alles mögliche, da war er sich nicht sicher, ja, wo soll er sie eigentlich ansprechen und darum hat er einfach alles gemacht. Und ja, hat sich zum Ziel gesetzt, überall maximale Reichweite aufbauen, weil dann muss ja seine Zielgruppe eben auch dabei sein, so hat er sich das überlegt. Ja, und gesagt, getan, der Typ, das ist ein richtiger Macher und er hat auch richtig gut Reichweite aufgebaut jetzt in den letzten Jahren. Und zwar, wir können ja mal die verschiedenen Plattformen durchgehen, die er genutzt hat. Da hatten wir einmal YouTube und in den vier Jahren hat er es geschafft, so um die 1500 Abonnenten zu erreichen. Das war seine am wenigsten erfolgreiche Plattform. Dann hat er Facebook gemacht, auf Facebook waren es so Richtung 5000 Follower, die er da gewonnen hat, auf Instagram. Da war er sehr erfolgreich, also im Vergleich mit Facebook vor allem. Da waren es über 10.000, 10.000, 11.000, sowas um den Dreh. Und interessanterweise hat er dann auch angefangen, TikTok zu machen, als es dann eben ging, seit vielleicht zwei Jahren ungefähr. Und da war er mit Abstand am erfolgreichsten. Und das fand ich so interessant, hat er mir erzählt. Da hat er auch mal mit einem Post über 100.000 Leute erreicht, ich glaube 112.000. Also wirklich absolut bemerkenswert, wie er da Reichweite aufbauen konnte. Aber natürlich am Ende des Tages ist ja die Frage, Reichweite gut und schön, aber er hat das ja gemacht, um Kunden darüber zu gewinnen. Und dann hat er da jetzt mal Bilanz gezogen und sich die einzelnen Plattformen angeschaut. Und das war richtig spannend. So, auf TikTok, obwohl er da so eine riesige Reichweite aufgebaut hat, hat er keinen einzigen Kunden gewonnen. Also er hat dann alle Leute, die er jetzt in den letzten Jahren eben als Kunden gewonnen hat, natürlich gefragt, hey, woher kennst du mich eigentlich, warum hast du bei mir gekauft? Also so war seine Auswertung. Also TikTok, kein einziger. Kein einziger ist über TikTok auf ihn aufmerksam geworden und hat gekauft. Dann Instagram. Instagram war, ja, so halbwegs erfolgreich. Also er hat auf jeden Fall Kunden darüber bekommen. Das waren drei Stück in vier Jahren. Dann Facebook. Das hat sich irgendwie gar nicht gelohnt. Auf seiner Facebook-Reichweite mit den 5000 Followern hat er einen Kunden gewonnen. Und dann hat er noch den YouTube-Kanal, der die wenigste Reichweite hatte, so um die 1500 Abonnenten. Und da hat er alle anderen Kunden gemacht. Also alle Kunden, die er online gewonnen hat, also es waren ja dann mehrere Dutzend, die kamen tatsächlich über diesen YouTube-Kanal mit der geringsten Reichweite. Und das ist ja erstmal komisch. Also wie kann das eigentlich sein, dass trotz dieser geringen Reichweite dann so viele Kunden auf ihn aufmerksam geworden sind und natürlich dann auch Kunden bei ihm geworden sind? Und dafür gibt es zwei gute Gründe. Nummer eins, das ist eigentlich richtig spannend. Auf YouTube ist es ja so, man braucht nicht wirklich einen Account, um Videos zu gucken. Also wenn du schon mal was gegoogelt hast, dann werden dir in der Google-Suche häufig ja auch YouTube-Videos angezeigt. Und jede Zielgruppe, die Google bedienen kann, die kann auch YouTube bedienen, beziehungsweise die ist auch auf YouTube, weil ja einfach diese YouTube-Videos in der Google-Suche angezeigt werden. Und gerade seine Zielgruppe, eben konservative Branche, Geschäftsführer um die 40, 50, naja, die googeln natürlich. Das heißt, die sind auch auf YouTube. Auf anderen Plattformen, wie zum Beispiel TikTok, da müsste man sich ja extra einen Account anlegen, um dann durch die Videos zu gucken. Also, das ist großer Vorteil Nummer eins von YouTube, dass eben jeder auf YouTube ist. Und der zweite große Vorteil ist, es liegt an der Art des Mediums. In Videos, also jemand, der sich ein Video anschaut, der hat ein bisschen Zeit mitgebracht. Der hat vielleicht mal so vier bis fünf Minuten, um sich mehr mit dir zu beschäftigen. Das heißt, der kann sich einfach mal anhören, wie genau funktioniert eigentlich dein Angebot, was ist daran so gut. Du kannst einfach diese YouTube-Videos nutzen, um Kaufinteresse zu wecken. Du kannst da irgendwelche Zweifel beseitigen. Du kannst einfach dein Angebot viel besser erklären. Und ja, wenn Leute verstehen, was du tust, dann melden sie sich natürlich viel eher bei dir. Dann werden sie viel eher Kunden. Und genau das war eben die Erfahrung, die mein Kollege da auch gemacht hat. Konnte er ja auswerten, dass quasi annähernd alle Kunden, die er online gemacht hat, in den letzten vier Jahren über seinen recht kleinen YouTube-Kanal gekommen sind. Ja, und jetzt hat er dann vor kurzem angefangen, mit uns zu arbeiten, dass wir ihn dabei unterstützen, eben mehr relevante Reichweite bei seiner Zielgruppe aufzubauen. Und ja, das werden wir jetzt auch tun. Und ich denke, hier in den nächsten Wochen, Monaten, wenn es da was Neues, Berichtenswertes gibt, dann kommt hier das nächste Video dazu. Und dann gebe ich da mal ein Update, wie es bei Ihnen gelaufen ist. Ja, wenn dich das interessiert, kannst du gerne den Kanal abonnieren. Dann wirst du da entsprechend auch benachrichtigt, wenn das Video online ist. Das, denke ich, wird ein spannendes Update. Auf Wiedersehen. Das, denke ich, wird ein Video online sein. Die Video-Güçer werden die Videos weitervergültig, wenn sie in den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, wo ich mir wieder gehoert habe. Tschüss, da ist ein Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.